Am Sonntag gegen 12 Uhr löste ein 25-jähriger Mann aus dem benachbarten Rheinland-Pfalz ein Großeinsatz der Siegener Polizei aus. Der offensichtlich verwirrte Mann befand sich mit einer Schreckschusswaffe in der Nikolai-Kirche. Diese Pistole sah einer scharfen Waffe täuschend ähnlich. Er bedrohte den Küster der Kirche, der aber fliehen konnte. Im Laufe des Nachmittags gab der Mann mehrere Schüsse im Inneren des Gotteshauses ab. Durch Spezialeinsatzkräfte der Polizei konnte er nach mehreren Stunden überwältigt und festgenommen werden. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Siegener Krankenhaus eingeliefert. Weite Teile der Siegener Oberstadt, Restaurants und private Wohnungen mussten evakuiert werden. Georg Baum, der Sprecher der Siegener Polizei, wenige Minuten nach der Überwältigung des Täters. Gegen 12.15 Uhr ist nach einem Gottesdienst ein junger Mann mit einer Pistole bewaffnet auf den Küster in der Kirche zugegangen. Er hat den Küster mit dieser Schusswaffe bedroht. Dem Küster ist es dann gelungen, aus der Kirche zu fliehen. Im weiteren Verlauf danach hat der Täter dann in der Kirche zwei Schüsse abgegeben. Ein entsprechender Polizeieinsatz wurde von uns natürlich eingeleitet. Wir haben den Täter soeben durch Spezialeinsatzkräfte festnehmen können. Der Täter wurde überwältigt. Er wird derzeit ärztlich versorgt. Momentan laufen jetzt natürlich die kriminalpolizeilichen Ermittlungen zur Person des Täters, zu seiner möglichen Motivlage. Wir haben zunächst zugrunde gelegt, dass es sich bei dem Einsatz heute um eine mögliche Bedrohungslage, möglicherweise aber auch um einen Suizidversuch seitens des Täters gehandelt hat. Vielen Dank.